Moins blöde zu ner tollen Runde von Ziblio, hey. Ziblio? Ziblio, ja, exakt. Das gute Ziblio. Jo, passt schon. Ähm, 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 ähm. Jetzt kommen die heftigen Zeichenkünste. Ui, 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 ui. Das ist Patrick Müller. Müller? Müller. Was, ein Mensch. Wunderschön, wunderschöne Beine. Was? Ich weiß. Ich hab keine Schuhe an. Warum? Als ob. Lol. Okay. Ah, jetzt wär's top safe, oder? Echt, das ist ein bisschen schneller. Linus, warte mal. Linus? Kommst du noch drauf? Hallo, Linus? Der hat nicht mehr geraten, der Junge. Linus, hallo? Okay, dann muss ich das... Linus? Wurde ich Zeit mal kurz, um noch ein bisschen die, äh, das Layout anzupassen, aber nur, weil ich halt, ich hab mit dem Browser drauf. Das ist ein bisschen irgendwie kacke. Kreuzigung? Das ist schon eine Kreuzigung, einfach. Okay. Okay, muss ich jetzt aus dem Gedächtnis malen. Keine Ahnung, wie das wieder aussieht. Ähm, wer ist denn der Nummer? Keine Ahnung, Mann. Wer ist denn der Nummer? Ah, ne, ich hab irgendwie auch mal... Es kommt ein anderes gerade. Seid ihr dull? Ich bin grad... Ja, ich steh grad mega auf dem Stau. Ah, wer ist da, wer ist da, ähm... Seid ihr dumm? Ich, 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 ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich kann nicht reden, YouTube. Ich bin dumm. Okay. Wunderbar. Ich merk's. Minus, hallo. Das ist die gute Idee, der es ist halt. Bist du geistig gestört? Ja, genau das. Nimm mal weniger Drogen, bitte. Und sähe immer ein Wort aus. Alter, ist doch das längste genommen, was es gab, oder? Ey, gab, glaub ich, noch länger. Okay, schade. Guter Guess auf jeden Fall. Ja. Das ist überhaupt schwarz, ja, ne? Linus. Bist du klar? Er hat grad bei mir ein bisschen braun aus, irgendwie. So? Aber du hast jetzt nicht, du hast keine anderen Drogen genommen außer Alkohol, oder? Alle. Anscheinend. He's Ledger, der Joker. Wunderbar. Was hat das mit dem Wort zu tun? Alles eigentlich, aber... Ähm, ähm... Ja, wie's Ledger war schon richtig. Alter, soll er sein, aber... Schade. Nice Frise, Digga. Das ist wie ein Weihnachtsbaum. Ja, das Grau hier soll weiß sein, ne? Aber... Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Noch unförmige Rahmen als bei mir. Äh, äh. Äh. Hey, was soll denn das sein? Fick, Alter. Hä? Findest du, du wirst null Punkte haben am Ende von diesem ganzen Ding. Sein... Kost... Tü... Äh. Ähm, bin ich irgendwie kacke? Du musst ihm auch schon den Hut aufsetzen und den Mundschutz machen. Nice Hand, Alter. Sieht aus wie ein Stück Ingwer. Ich, ja, komm mit auf den Stau. Wenn ich einen Mundschutz mache, dann... Ich, ja, ich, komm mit auf den Stau. Es geht um sein Outfit, Mann. Ja. Ja, was hat der, was hat der für ein Outfit an in einer Szene? Wo er mit... Ah! Ja, ich hab's... Schreib es. Ich hab mich vertippt. Ui, das ist backlos. Hey, die ist halt... Die ist halt auf Punkte gekommen, ey. Okay. Ist das Kackwurst? Fertig. Wobei... Ähm... 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 Ist nicht so einfach, wie's aussieht. Ich weiß nicht, was man auch machen kann. Ne, ihr Schreiben ist dumm. Mach da wieder weg. Ist das ein K oder ein B? Das sagst du, will ich selbst entscheiden. Ähm... Ich will, glaube ich, noch um was dazu bekommen. Aber ich weiß ja nicht, was. Was? Ich bin nicht begabt. Ich bin nicht mal... Ich bin malerisch. Ich bin malerisch. Ich begabt dazu, noch um was dazu machen. Aber das, was du da erschaffen hast, ist ja wirklich mal der größte Müll. Das ist eine Blutlache mit einem Ast. Du eigentlich komplett geistig, oder? Das macht halt vorne und hinten keinen Sinn, Alter. Ich bin grad... Ich weiß ja gar nicht... Digga, das ist ein brauner Stock. Bist du geistig, oder was ist das los? Das ist halt natürlich schwer. Rote Soße aufnehmen. Äh... Zaubern, oder was? Lache. Ich will... Ich will eigentlich nicht schreiben. Pinsel, bist du eigentlich geistig komplett bescheuert, Alter? Pinsel, Alter. Guck mal'n Pinsel nach. Der hat so ne tropfenförmige Spitze, du Idiot. Oh, what the fuck? Ja, Borstenpinsel, Alter. Ach, scheiße. Ich hätte was anderes... Borstenpinsel hat ne glatte Spitze, Alter. Aber das sind nicht vier Halme. Okay, ich mach jetzt... Alter. Geistig komplett durch. In der kürzeren Zeit. Das sieht übrigens mein Sacker-Avatar. Das sieht sehr schön aus. Fertig. Pinsel. Ich bin behindert. Lass mich. Das sieht aber aus wie ein Bleistück mit einer Spitze, Alter. Das Metallstück dazwischen papiert. Das Metallstück haben die aber eigentlich. Das sieht aus wie so ne Schokocremespritze, sagst du was? So, fertig. Nice. Wunderschön. Okay, ich zeig euch jetzt, wie man Pinsel malt, Alter. Dann musst du das eh einfach wegnehmen von Haro, dann passt es. Kann ich mich hier während des Unbenennen, kann ich nicht ficken. Das ist ein Pinsel jetzt. Ja, ja, ich zeig's euch jetzt. Warum musst du alle den Pinsel zeigen? Weil wir alle besser sind als du. Ja, ich weiß. Das müssen wir aber nicht noch verweisen. Linus ist besser, als ich im Breitsein, ausgerechnet es besser, als ich im großen Schwanz haben. Linus ist breiter als du und ich bin höher als du. Und dann macht man hier halt irgendwas hin. Bei Linus ist ein großer Unterschied von der Breitigkeit. Aber ich würde halt ne Pinsel tatsächlich eher so machen. Einfach nicht zeigen, was uns zu zeigen. Das ist ein guter Pinsel. So, ja, los jetzt. Einfach nix. Aber Linus kann eh nicht mehr gewinnen, wa? Jetzt schon. Äh, der ist nicht so weit von mir weg. Aber von mir. Ah, das meinsch. Adolf. Du malst immer Hitler bei dem Volk. Immer. Jedes Mal. Das ist echt. Hatte das Wort. Natürlich hattest du das Wort schon. Hey, bin ich irgendwie halt dran. Letztes Mal, als wir gespielt haben. Letztes Mal. Wow. Bin ich irgendwie kacke? Heil. Heil. Das hat doch dein rechter Arm da. Hey, bin ich irgendwie behindert? Was hat denn der? Was hat denn der so tolles? Ah. Ja, zu spät. Nein. Ist auch nicht zu spät. Nö mal auf Paulinos. Das ist ja auch schon so knapp. Ich stehe halt auf dem... Ey, es ist... Es ist... Es ist... Es ist 3 vor 4, Alter. Please. Du bist halt immer dumm, Alter. Oskar und ich haben beide Drogen im Blut und du bist dumm. Ein Pimmel. Zwei Pimmel. Zwei rote Pimmel. Äh. Es ist ja jetzt nicht mal so scheiße gezeichnet. Sondern auch scheiße, aber nicht so scheiße. Oh, warte. Jetzt auch das Auto machen können. Wollt erst Krabbe schräumen. Ja, aber das Krabbe steht da halt. Ach so. Ey, Junge, was du für eine Scheiße reinschreibst, lese ich nicht. Äh. Rähn, Tier. Fuck. Keine Ahnung. Ich hab richtig Kackwörter. Ich hätte Windsack oder Harpune gehabt. Harpune wäre insane. Oh, die Füße sind ganz schön scheiße geworden. Ich hab den Guest des Jahres, Leute. Ich weiß, was das ist. Fuck. Ach so, ich hab's schon. Okay. Oh Mann, ich wollte noch einen Penis dranmalen. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Männliches Huhn ist. Pacht, das hab ich überholt, der Wichser. Ich hätte auch noch Leiche gehabt, aber... Scheiße. Der Mann, Kerl, ich bin Leiche. Ähm. Nein, ist es nicht. Ey, scheiße. Wie macht man... Äh. Ein Vogel, Alter. Dein Ernst? Oh, die Pumille ist rausgefloppt. Wunderschöne Augen. Fenster zur Seele. Äh. Watt. Darf ich das denn malen, bitte? Ich... Warte mal kurz. Mal kurz nachdenken, Alter. Du Torse. Alter. Ähm. Ja, machen wir halt so. Pfost. Äh. Fuck. Fuck. What the fuck? What the... What the what? Was? Eat. Hä? What the fuck? Hä? Äh. Bin ich irgendwie gerade kacke? I can... be... äh... krank... Ja, Krebs haben wir auch schon. Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Äh, was? Du bist ein Wichser, Dennis. Du bist ein Wichser. Du bist ein Wichser. Ja, Junge. Ja, was? Was hat was mit Krebs zu tun? Grundstufe, Basisstufe von Krebs, Alter. What the fuck? Haare am Sackos. Ist wieder auf Platz 2, Alter. Haare am Sackos gewinnt es. Haare am Sätsch is choosing home. Das war immer ein Tumor-Zeichen. So ein Knubbel. Aber das kann halt auch eine Zyste sein, oder sonst irgendwas. Hand. Kann das auch eine Zyste sein. So wie du aussiehst. Ich find schon, dass die sehr akkurat aussehen. Vor allem der Daumen. Ja. Das war easy. Bits an Adoling. Dafür... Es gibt, äh... Also einmal ist es das hier. Gucken, ob wir so drauf kommen. Planke. Einmal das. Oder einmal das. Creme. Das ist ein Klo, Alter. Cool. Alter. Ah, Alter. Das hat aber gedauert. Das Linus ist wieder vor mir, der Wichser. Oh, ja, warte. Außer jetzt kack mal rein. Ich will wieder vor Linus sein. Ja, Linus ist vor dir. Ja. Kack mal rein. Ich will wieder vor Linus sein. Das hat sich gereimt. Penis. Cool. One moment, please. Nein. I have to, äh... Google something. Pimbel my sim. Was? 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 Ach, Alter. Wie krieg ich das jetzt hier auf zwei? Wenn du einfach gar nichts machst. Äh, warte. Wenn du einfach cool bist. Und da hast du schon versagt. Oh, fuck. Mein sick. Nein, ich möchte deine Kotze nicht ficken. Danke. Ich muss ablehnen. Es tut mir leicht. Äh, Linus. Irgendwann muss ich überhaupt Pfosten haben. Und ich werde safe erraten. Instant. Ah, ja. Sorry. Warum sieht der... Ach, hallo. Warum hat der... Warum hat die Anime-Main-Figur-Frisur? So, der Mann ist safe schon gestorben. Aber weil er Anime-Main-Figur ist. Ich meine den Haaren. Okay. Er sieht irgendwie angepisst aus. Weil er pisst aus. Ist das Link? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hab ich nie gespielt, aber ist okay. Ist das Zelda? Zelda! Hä, das ist halt schon schick, ne? Ich bin halt komplett raus. Whom's the man's is this? What the fuck, Alter? Was für ein fucking... Weihnachtself, aber dumm. Warum... Zeit ist so weird. Also, es sieht jetzt nicht mal so scheiße aus. Aber warum? Warum sind... Warum hat der so ne komische Mütze auf mit zwei Bummeln an jeder Seite? Mit einem an jeder Seite. Ja, hat sie halt. Was soll ich denn machen? Mit zwei... Mit Bummeln. Was soll ich denn machen, Alter? Hat sie halt. Du sollst ordentlich malen, sodass man was erkennen soll. Nein, Alter. Ich bin es halt. Ah, Dings. Äh, fucking... Ähm... Bin ich ja auch. Von... Dings. Ne? Aber was ist das Wort? Das ist toff. Scheinbar. Toll. Ist das toff? Ja, das ist... Wow. Dann fucking ernst. Halt dein Neul. Ja, hätten wir die Serie verkucken müssen. Hättest du mal ordentlich bemalen sollen. Wenn man auch was erkennt. Das ist wunderschön. Muss ich echt sagen. Picasso, wer ist das? Ich kenne nur Schuhlecker. Ja, immer was mal neu. Wow. Das sieht fast genauso aus. Unglaublich, wie du das jedes Mal hinkriegst. Das ist nochmal genauso zu meinen. Bin beeindruckt. Hä, wo sieht das gleich aus? Kein Unterschied. Das sieht jetzt wieder ähnlich aus. Fuck you. Hä, das ist halt so, Mann. Jetzt, wenn Linus so eine Scheiße-Zeitin hat, bin ich jetzt auch weiter hinter Linus. Außer, schau mal kurz auf TS einfach. Was du machst. Ich hab ne Idee. Schau dir einfach kurz, was du zeichnest. Was gibt's für ein Download von mir? Guck dir die Scheiße an, Mann. Ich bin dein Zeichen-Meister des... Master of Disaster. Denga, was soll das sein? Ne Unterseekatze oder was? Bist du eigentlich komplett? Hä, bist du komplett? Ich bin ziemlich komplett, ja. Das ist ein Löwe. Ja, und wo ist der? Oh, hässlich. Wow, ihr habt es ja raus. Ich hab Linus wieder überholt. Ey. Das ist ja auch Null. Okay. What the fuck? Gott. Ach du Scheiße. Ey, dein Ernst? Okay. Ich muss kurz wieder Double-Fenster. Double-Time. Das krieg ich sonst nicht einfach... Ach, ne. Ich schaue es nicht hin, Alter. Double, Double. Ja, dann mach Double hin. Download. Download. Das ist also irgendeine... irgendeine bekannte Person oder so. Oder irgendwas. Ich weiß immer noch nicht, wo dieses Metall-Ding herkam. Für meinen Reference-Boch. Ja, das war Toph von fucking Avatar. Die kann Metall-Bändigen. Okay, ich hab Avatar nie geguckt. Ein Dinosaurier. Ja, das ist halt schon dein erster Fehler. Ich hab so viel nicht geguckt, was... Wovon es heißt, dass man es halt gucken soll. Nee, das kann halt nicht sein. LOL. Hey, ich war früher der übelste Dinophan-artig, Alter. Ach fuck, ich kenn doch nicht die einzelnen fucking Arsch. Die, das da fehlt aber... Da fehlt ein ganz bestimmtes Detail schon mal auf die Füße. Ach man, ich war... Ach... Was ist das denn? Die fette Klaue, Mann. Ich hab keine Ahnung, was ein Velozio... Velozio-Raptor ist. Ich hab gegoogelt einfach. Dann trotzdem eine fette Klaue am Fuß. Wo denn? Eine fette hinten oder was? Nee, von... Ja, nee, nee, an den Hinterbe... Ja, an den Hinterbeinen. Ja, da wird mir angezeigt... Drei... Drei Clown einfach vorne. Ja, aber an den Hinterbeinen. Ich google jetzt Velozio-Raptor. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Kann hier ja nicht. So, Leute. Ich hab jetzt... Legit. Das sind auch von Jurassic Park. Und die bei Jurassic Park haben keine Ahnung von irgendwas, was Dinosaurier angeht. Ich hab doch keine Ahnung, Alter. Ja, die aber auch nicht. Dinos ist tot, Alter. Ja, bei Pokémon bin ich raus, Bruder. Nee, ist es gar nicht. Das ist eine Olle mit Riesentitten. Und... einem wunderschönen Gesicht. Ihr Lächeln ist bezaubert. Beachte die Körperform. Nee, ich hab... Wenn das ein Pokémon ist, hab ich keine Ahnung. Das ist kein Pokémon. Das ist eine fucking Frau. Beachte die Körperform. Und beachte eine bestimmte Sendung, die sehr beliebt ist und im deutschen Fernsehen läuft. Was? Ich guck doch kein Fernsehen. Wer bin ich denn? 60? Die Serie kennt man trotzdem. Wer... Wer bin ich denn? 60? Das hab ich gar nicht. Hä? Ich find mal... Ich find mal... Das ist... Das ist eher so... Wie... Teammäßig. So DSDS-mäßig. Das kennt man aber zu 100%ig. Nein. Doch. Nein? Doch! Nein, ich guck gar keinen Fernsehen, Alter. Ja, aber das kennt man trotzdem. Das ist allgemein... Das ist allgemein... Das ist allgemein Bildung, ihr Wichser. Wir kennen kein Fernsehen. Wir wissen nicht mal, was das ist. Halt ne Frau. Sachen Sender. Das ist Shirin David, oder was? Haben wir es auf? Heidi. Wer? Ja, Heidi. Es gibt eine deutsche Heidi. Und was macht die? Heidi, komm. Ja. Gott. Was ist das so schwer? Die hat weder fett, noch einen geilen Arsch. Ne. Es war eigentlich nur von wegen, ja, wie Frauen da aussehen. Und richtig clean, blond ist sie auch nicht. Das ist, da sieht keine Frau so aus. Hast du je Modell geguckt, Alter? Nein. Modell geguckt? Das ist doch immer das fucking Ding, dass sie so unglaublich dünn sind und nichts haben. Ja, deswegen. Mal doch einfach ne... Ja, aber du hast den dicken Titten und den fetten Arsch gegeben. Bist du behindert? Ich wollte nicht gemein sein. Das ist eindeutig... Das ist eindeutig... Das ist eindeutig Obama. Ja, ich erwarte Obama. Ja, Mann. Ich erwarte Obama. Nein, okay. Bordel. Du siehst schon, wie viele Buchstaben da sind, ja? Ja. Ja. Ich kriege den nice Schnurrbart jetzt erst mal. Cleveland Brown, Digga. Wow, die Unterliebe ist groß geworden. Egal. Ist schwarz, passt schon. Ja. Und jetzt kommt der interessante Pfad. Die Titten. Ähm. Ja, es ist ein Afro. Das ist richtig. Hast du gut erkannt. Aber guck mal, wie viele schöne Buchstaben da oben sind. Die du alle erraten musst. Nicht nur die ersten vier. LOL. Hey, du... Das ist ein beschissener Afro, Digga. Hey, bin ich irgendwie halt kacke? Das Wort gibt's doch gar nicht, glaube ich. Doch, natürlich. Das ist der korrekte deutsche... Ganz auf? Ja, klar. Echt? Safe. Afro-Mensch. Also, warte... Afro-Mensch. Sorry, Mann. Wie ist das denn jetzt wieder das längste Wort, was existiert? Oder Stuhl? Oh, ich hab ne Idee. Schon wieder Stuhl? Wartet, lass mich malen. Ich hab noch nicht angefangen. Es könnte zu easy sein, das zu erraten. Aber lass mich einfach mal malen, bitte. Okay? Danke. Schau mal noch. Nein, lass mich einfach doch mal malen. Ja, dann mal doch. Du malst ja gar nicht. Ja, ich versuch's jetzt. Oh. Ach, wieso ist... Du bist so dumm, ne? Das ist keine Punkte mehr. Ja, lass mich... Bitte, hör mich. Kann ich das vielleicht auch angucken? Das Bild, danke. Ey, ich wusste ja schon nicht, dass du da gekickt wirst, wenn man da rein spammt. Wusste ich ja legit nicht. Das hat Linus auch neulich rausgefunden. Ist das die Busfahrerin von South Park? Die Busfahrerin aus South Park? Wie viel Zeit hab ich noch? Ich kann's nicht sehen. 110. 10 Sekunden hast du noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mal schnell. Hey, Frank. Hello. Du hast 110 gesagt, warum sollte ich dir irgendwas glauben? Ich dachte vielleicht, das 100 ist nicht ganz angekommen. Ich hab das ein bisschen verschluckt, da dachte ich... Was zur Hölle? Ich weiß halt nicht mal, was es ist, wenn ich raten würde. Ich dachte, Jesus, aber rot. Ja, aber nett. Oh. Ne. Ich bin komplett verwirrt. Und ein bisschen geil, aber... Ist das Hellboy? Das ist aber Rom mit Haaren. Das ist Rom und Terminus zusammen. Nicht irgendwie kacke. Ach. Ich glaub ich weiß. Ach, schade. Bin ich halt irgendwie kacke? Ne, Lenus ist der, der kacke ist von uns. Saaten. Jo. Der gute Saaten. Hä? Nein. Nein. Schuhkick ihn, los. Ich hab's wirklich schlecht. Ja, ich wollte Hellboy malen. Der hat doch nicht so Haare. Machen wir noch ne Runde. Machen wir noch ne Runde. Oder geben wir... Runde, ultra lange Haare. Machen wir noch ne Runde. Oder nicht braun. Ja, ich... Hätte ich schwarz genommen, wäre irgendwie... Machen wir noch ne Runde? Ja, machen wir jetzt. Siehst du doch. Und Haare am Satz ist choosing a word. Ja, toll. Übersetzen. 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 Das ist übrigens sehr intelligent, wenn du es da aus sagst, wenn die Ninos auch zuhört, ne? Der hat es trotzdem nicht. Hey, das war gut gezeichnet, Mann. Ja. Du hast es so gemacht, wie ich sonst. Ja, ein Plus dazwischen. Ähm. Erstmal fett wechseln. Da... 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 Okay. Der Arm ist ein bisschen besser als die Hand. Wie man merkt. Bizeps. Wir, ähm... Ja, der hat jetzt einfach ne Hose an, fertig. Von mir aus hat er halt ne Hose an. Ähm... Oh... Moment. Ich bin grad ein bisschen überfordert. Okay. So... Und dann... Das... So... Und dann... Ähm... Äh... Da... Ist das ernst? Ja, bin ich hier kacke? Ah... Ja, ich bin kacke. Ach so... Haare am Sack ist zweiter, Leute. Das sah halt aus wie ne Anker, aber... Sah auch aus irgendwie, das wär ein Tattoo, da hat sich... Irgendwie der hat sich geritzt, sondern ist mir auch gefallen, oh... Cool, da ist was... Hm... Es sieht aus, als ob er von allen Seiten beleuchtet wird. Es sieht aus, als ob er von allen Seiten beleuchtet wird. Was ist das mit dem anderen Seiten? Ja... Oh, ich... Was ist das mit dem anderen Seiten? Ja... Ich dachte irgendwie kurz wär Bernd das Brot, aber... Mega Ohrläppchen. Der Ohrenmann. Der Lippenstift Ohrenmann. Das ist der... Ein der weirdsten Menschen, die ich je im Leben gesehen hab. Und ich hab die Lust schon live gesehen. Was steht da? Das ist, ähm... Dings... Ja, ähm... Na, weißt du? Ja, hab schon fast verstanden. Fucking falsche Zähne, gewiss. Ding. Aber das passt nicht. Fuck. Wie passt das? Sag's mir. Du hast halt literally schon gesagt, so. Dings... Dings... Du hast falsch geschrieben, Bruder. Dings... Dings... Warum die Ohren? Weil er alt ist. Ja? Dings... 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 Nee, ich weiß ja echt nicht, ob ihr den gesehen habt. Das ist ja gerade so die Sache. Aber eigentlich hat ihn so ziemlich jeder gesehen, deswegen. Ach... ähm... Du musst überlegen, wie er heißt, ne? Nee, hä? Warte... Was ist das, Alter? Fuck. Ich dachte an Kevin aus, äh, oben. Vogel. Ähm... Ich glaube jetzt ist es... Ich glaube jetzt ist es besser. Wenn ich das jetzt noch dazu mache. Ah... äh... Ja. Wus ich doch... Da ist genau das gerade noch gebetet. Aber das war... Ich... Ich... Ich hab gedacht, das wäre ein Vogel. Ah. Ich war halt bei Vogel. Das ist immer so unbetrestlich geworden. Eiße Augen, Digga. Minieren, oder was? Ja, und wer ist das denn da links? Hallo? Alter. Keine Ahnung, wie ist das? Keine Ahnung? Der Minion ist einfach geistig verwirrend. Alter, der Minion... Der Minion ist ein bisschen dull. Gru, wär ich nicht drauf gekommen. Ich kenn Gru nicht. Was ist Gru? Ist das der Böse, oder was? Ja, das ist der. Der Dude, dem die Minions gehören, Alter. Ich kenn ihn nicht. Hab den Film nie gesehen. Das ist mir lecker, ob ihr den Film gesehen habt. Boat Kick für... Ah ne, faktisch war er falsch. Ich fand ihn jetzt grad dafür reporten, dass er den Film nicht gesehen hat. Ah, nein. Ich dachte, wo ist der... Nein, das wollte ich nicht. Ich dachte, wo ist der noch South Park? Bei vier Buchstaben. Können aber auch Eric sein. Wie ein Titten. Wenn das Titten sind, ist es eigentlich Eric. Es sind Titten. Natürlich sind das Titten. Was erwartest du von mir? Dass ich keine Titten male. Das ist... Das sieht doll aus. Ich will das jetzt ordentlich malen. Ich hab da Bock drauf, das halbwegs ordentlich zu malen wenigstens. Ups. Brauchst du deinen alten Schrank. Oh fuck. Easy man. Nein, lass mich zu Ende malen. Lass mich zu Ende malen. Nein. Ich will zu Ende malen. Dies kommt eh nicht drauf. Linus, schau mal deinen eigenen Namen ran. Ich glaube, das ist die Lösung. Ist der Penis. Der Penis. Oh, du bist langweilig. Was? Oh, schade. Ah, ich hab... Ich bin Erster. Seit wann? Auch wenn immer noch nur Haramsack da steht. Ähm, Satz. Auch wenn da eigentlich Haramsackos stehen sollte. Und deswegen kann ich ja nicht nur das E-Weg machen. Dann fehlt dir aber noch das Uss hinten dann. Bist du nicht so intelligent, Oskar? Waaah? 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 Ich muss jetzt dafür reporten, dass er... Ich einfach unverbesserlich nicht gesehen hat. Der ist sehr happy. Und winkt einfach auf... meinem Dick. Was? 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 Ist das Riccardo? Riccardo Silas? Bist du es? Was? Alter, das bin ich. Das bin ich. Linus, das Riccardo. Hab ich dir gezeigt, oder? Hab ich dir neulich gezeigt? Gestern, vorgestern, oder wann? Junge, das ist Riccardo. Das ist Riccardo. Der hat sogar die Beule in der Hose. Du musst eben, der hat, äh, eine USA-Flagge als, äh, Unterrosan. Der ist ein Riccardo, alter. Ey, Riccardo Silas. Und die ist mir zu schwer, die USA-Flagge. Google mal Riccardo Silas. Oder pack ein Bild von ihm, on-screen. Jetzt. Da ist es. Nein. Woher tanzt es vielleicht? Ich hole dir mal nebenbei. Ja. Schaffen den. Er war ja richtig. Ist ja alles in Ordnung. Ja, wie man den schreibt. USA, hier Sterne drauf, und dann... Mann. Irgendwie so, weiß ich nicht. So, ist egal. Ach, Mann. Die hat... Ja, egal. Die hat rote und weiße Streifen. Im größten Teil. Ist ein... Mensch, ein Mann. Ein... Mongole. Ja. Mama. Mo... Mem... Mem war close. Ja, mein war auch close. Geil, danke Linus für den... Für den Zeichner. Was du Riccardo gemalt hast. Ist das einzige Meme, was du kennst, oder? Ja, doch, aber... Nein, ich meine, ich kenn... Das ist schon insane geworden. Ah. Nein. Mann. Nase, ja. Oh, ja. Geil. Okay. Ähm, fuck, wie sieht das nochmal aus? Irgendwie so... Jetzt aber random irgendwas ein... Irgendein Wort eintippen und... Instant gewonnen. Glaube ich nicht. Das ist aber Tango Loss. Ey, was ist das? Das ist der Tango Loss. Ja, Mann. Gäste es doch. Oh, wait, wer ist das nochmal... Die Totoro sind doch nicht... Irgendwie so sieht der aus. Hä, what? Äh, hat der eine Nase? Warte... Hä? Hä? Ich muss googeln. Hä? Ist es Totoro? Nein. Oh, der hat keine Nase. Die Augen sind viel weiter zusammen. Okay, warte. Ach, Alter. Hast du einfach da. Nein. Ich will nicht. Ich komm grad nicht drauf, du Wichser. So... Und dann... So... Was soll das sein? Ah, warum hab ich so wenig Zeit? Das ist ein Keks. Ach! Nice. Ich liebe meine Tippgeschwindigkeit manchmal. Der hat die Augen so weit zusammen. Ich sehe die gar nicht. Meine nicht zehnfingrige Tippgeschwindigkeit ist immer höher als ich denke. Nice. Sache, ich darf ja noch mein Bett beziehen, bevor ich pennen gehe, ne? Was ist es? Was ist es? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, ähm... Ich bin gerade verwirrt, wie es heißt. Vielleicht bin ich mein Erster. Mach mal. Glaube ich dir direkt. Das ist kein Bier übrigens, das ist kein Bier. Was hat der für eine Schulter, Alter? WTF, wer ist das? Der fucking... Das war ein Bagger, das ist einfach ein Bagger. Ich kann nicht mehr schreiben. Leute, was hat denn der da? Eine Laterne. Ne, was hat denn der da? Eine Laterne. Ne, an seinem Körper. Namen. Ja, und was macht die Laterne? Leuchten. Ja, und jetzt... Was bist du? Leuchten. Und was bist du, Oskar? Dumm. Hi. Hey. Das Wort kommt etwa auf gleiche Stufe. Teilweise. Auf was? Auf gleiche Stufe. Irgendwie sieht es immer mehr aus wie etwas, das nicht leben sollte. Was? Was laberst du, Mann? Das Lebe, das Ding hier, das sieht einfach nur verfick krank aus. Erstmal das Bild speichern. Fuck. Ja, toll. Du hast eine schöne fette Linie durchgemacht. Auf meinem Bild ist es nicht drauf. Und der niemals drauf. Der... Der... Von wegen. Meine Fresse. Auf meinem gesperrten Bild ist es nicht drauf, meine. Also ich hab fünf Buchstaben, fünf Buchstaben und dann einmal sechs Buchstaben. Fett. Das ist ganz toll. Die werdet ihr niemals erraten, diese Wörter. Flamingo. Uh. Ist erstaunlich gut geworden. Ähm. Bonk. Ruh. 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 Ich war nah dran. Ich war instant mega nah dran, Alter. Ich hab Hacke davon noch geschrieben, du Wichser. Ruh. 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 So. Arschloch. Ruh. 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 Alter. Ach komm, nee. Sag an. Nein. Er hat ziemlich große Nippel. Nippel? Vielleicht ohne E. Wo ist man damit? Oder ohne P. Der Tipp, Oscar. Denkst du viel zu kompliziert. Ja. Das ist einfach. Das ist fuck. Er ist einfach nur. Ja. Die riesigen Nippel, Alter. Weil er hat gesagt, du meinst den Typen aus Thor Ragnarök. Den Typen mit der Krone. Der ist, wer ist der Nummer? Ich hätte mal. Ja, Quark. Nee, nee, nee. Das ist Wester. Nee, Sulfur ist Schwefel. Wer ist der Nummer? Ja, der rote Nigger da. Ich weiß. Ich muss klicken und hab nichts gemacht. Weiß. Ich, das ist, der basiert auf jeden Fall auf einer, auf einer, äh, auch auf einer nordischen Figur. Ähm, war kurz nordischer Herr. Wildschwein, Alter. Du solltest auch gessen, Stu. Ja. Das ist ein Wildschwein. Nein, es ist nicht wahr. Wah. Doch, es ist ein Wildschwein. Nein, du bist dumm. Das ist kein Wildschwein. War besser. Besser. Lebewesen. Ihr seht es alle, wunderbar, toll. Weil ich mach's jetzt weg und mach's so, wie man auch, äh, Leute nennt. Was? Andere Dings für das Wort. Er heißt... Er heißt... SoTour. Minus. SoTour. Heißt der Typ. Wie du meintest. Ah, SoTour. Okay. Hab ich schon gewundert. Quote klingt... Quote klingt irgendwie ein bisschen kacke. So wie... Von mir ans Lagerfeuer ist mir das Lagerfeuer Lied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-R-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E. Halt's Maul. Ich hab' die Idee, also ich mach's jetzt viel schwer, als ich mach's jetzt viel schwer, als ich mach's jetzt. Es macht Lister, aber es spielt. Von mir ans Lagerfeuer ist mir das Lagerfeuer, das L-A-G-E-R-F-E-U-R-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E. die Linie war nicht gut genug, ich muss eine neue Linie haben. Ach Alter, nee, so krieg ich das nicht hin. Ich muss es doch auf die einfache Variante machen. Hier sind einfach so Zeiten von mir, wie ein Typ mit einem Baggerarm. Da ist ein Tier. Was ist das für ein Horn, Alter? Wollte halt erst einen Hirschfänger bauen. Was ist das für ein Horn da vorne auf der Fris? Ach so, Nase. Der hat eine Nase einfach auf der Mitte von seiner Nase. Wunderbar. Das ist ein Klippe. Äh. 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 Sch. Boot. Äh. Das ist wunderschön. Hab noch nie so schön gezeichnet. Steg, Alter. Und wo ist ein Steg? Ach Alter, du bist nicht. Und? Ich bin einfach mit, weil letzte. Ich war vorhin einfach voll lang erster. Mit voll großem Abstand. Du bist einfach scheiße bist du. Kann sein. Da fragst du einen Votekick und einen Report und du Wichser. Ja Junge, du kannst mir erstmal meine fetten Eier lecken. Nein, will ich aber nicht. Dann werde ich dich wohl oder übel ficken müssen. Ja, das war viel zu einfach, du Hund. Hey, halt mich da vertippt, what the fuck? Ich hasse meinen Wehen. Man muss es auch manchmal einfach, einfach, einfach machen. Eben. Ja, wenn ich so ein bisschen wie du mit so einem achten Jahren lang wart. Können aber auch sechs Buchstaben sein. Wollen wir kicken. Wird das ein Schuh? Ja, das ist unser bester Kumpel. Der Schuh lecker. Fuck. Ich hab Minus wieder überholt. Hey, erster Platz. Und oder damit in dieser Aufnahme um 4.38 Uhr morgens. Bis wieder ins Bett. Tschüss.